Wir melden uns live aus unserem Drei-Liköre-Proberaum und wir haben Post bekommen! Juhu! Ja! Arvid, komm mal rum mit der Kamera. Wir schneiden hier auf für euch, ihr Lieben. Ah! Eins, zwei, drei, wir packen für euch aus die ersten 100 CDs. Oh! Noch mal. Noch im Karton. Okay, ich schneide noch mal. So, die ersten 100 CDs, die wir als Limited Edition für euch signiert rausschicken. Da ist sie! Oh! Und noch einen Schutzkarton und zack! Und ich greife aus der Mitte raus. Achtung! Wahnsinn! Da ist sie! Die erste Drei-Liköre-CD für euch. We love swing! Das ist sie! Und jetzt ist sie! Das ist sie! Die ersten Drei-Liköre-CD für euch. Das ist sie! Und jetzt ist sie! Vielen Dank.